Die Infos zum neuen Update sind verfügbar, die wohl krasseste Rampenlichtstunde und Campfire bei immer mehr und mehr Leuten verfügbar. Das neue Update 0.251.0, dazu hat Niantic die Patchnotizen veröffentlicht, die gehen wir kurz durch, die Features sind schnell abgefrühstückt. Ein einziges, und zwar man kann nun mehrere Postkarten auf einmal auswählen und löschen. Wieso verbessert Niantic die Postkarten? Haben wir da nicht irgendetwas im Code gefunden bezüglich Vivillon und wie man die anderen Formen da vielleicht erhalten kann? Nämlich indem man ganz viele Postkarten weltweit sammelt. Schauen wir mal. Dann Fehlerbehebungen. Und zwar wurde der Text ein bisschen abgeschnitten oder überlappt bei den Teamleitern, wo man das Team ausgewählt hat oder auswählt. Dann bei der Arena-Einführung. Da sind die Pokécoins irgendwie nicht angezeigt worden. Keine Ahnung, wo es da Pokécoins gibt, ehrlich gesagt. Manchmal beim Entwickeln hat ein Pokémon eine rote Kontur gehabt. Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Allerdings, dass die Hintergrundfarbe, die Teamfarbe beim Avatar gefehlt hat. Bei der Avatar-Ansicht, wo man die Aktivitätsstatistik sieht, die Kilometer, die gefangenen Pokémon und so. Das ist mir in der Tat aufgefallen. Denn das hat je nach Team so ein leichtes Gelb, Blau oder Rot eigentlich im Hintergrund. Und ich glaube, seit irgendeinem Update hat das gefehlt. Ich dachte, das war mit Absicht, aber offenbar nicht. Dann manchmal, wenn man, ich glaube, über den Pokédex, das steht zwar hier nicht dran, die komplette Entwicklungsreihe anzeigen möchte oder alle Pokémon, die man da hat, sind die Pokémon nicht aufgetaucht. Dann ein Fehler bezüglich Spracheinstellungen. Die Bonbons wurden manchmal in einer falschen Farbe angezeigt. Das habe ich auch schon mal gehabt. Karguron war auf manchen Bildschirmen je nach Gerät abgeschnitten. Und ich glaube, manche hatten auch echt eine schwierige Zeit, das zu treffen und zu fangen. Im Itembeutel. Da haben die Items manchmal geflackert. Ich glaube, das war immer genau dann, wenn man etwas zerstört hat, ein Item gelöscht hat. Weil danach wird sozusagen eine Anfrage an den Server geschickt. Das ist mir auch aufgefallen. Die Ballons von dem Ballon-Pikachu. Der wurde wohl manchmal abgeschnitten. Das soll nun nicht mehr vorkommen. Dann die Ultra-Pforte. Die hat sich gedreht nach einem Pokémon-Encounter. Darauf habe ich nie geachtet. Und manche Sound-Effekte wurden nur einmal abgespielt. Und das war es auch schon. Kein großes Update. Doch bei einigen sollte rechts oben ein neues Kartensymbol aufgetaucht sein. Seit geraumer Zeit. Und zwar ist das Campfire. Die externe App von Niantic zum Kommunizieren. Man kann sich für Raids verabreden. Und paar richtig geniale Sachen einfach nur als Raid-Karte und Arena-Map nutzen. Ich weiß noch nicht, ob wirklich zu 100% alle Accounts schon dafür freigegeben sind. Es kann auch sein, dass man eine Einladung noch benötigt. Doch ich bekomme das Symbol nicht mehr weg. Ich habe gesucht in den Einstellungen. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Weil mittlerweile sind da schon sehr viele Symbole aufgelistet. Der Abenteuerrauch, die Mega-Entwicklung, dann falls man noch ein Glück sei oder ein Sternenstück anhat und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall. Da tippt man drauf. Und wenn man die App noch nicht heruntergeladen hat, wird sie einem dann vorgestellt. Entdecke Campfire. Und da kann man sie sich dann herunterladen. Ist eine eigenständige App. Praktisch wie ein Messenger mit Kartendienst integriert. Und da gibt es dann fünf große Menüpunkte, fünf große Funktionen. Man kann sein Profil verwalten, ein paar Privatsphären-Einstellungen treffen. Sieht dort auch die Freundesliste. Standardmäßig dürften, glaube ich, wirklich alle Personen auf der Liste sein, die man auch in der Pokémon-Go-Freundesliste oder in einem anderen Spiel hat, die Campfire verwenden. Oder man kann neue Freunde hinzufügen. Bei den Benachrichtigungen bei der Glocke sieht man dann Freundesanfragen. Die kann man annehmen oder ablehnen. Also das betrifft dann Campfire. Man kann auch nur jemanden in Campfire hinzufügen. Ich könnte dort, glaube ich, rein theoretisch auch jemanden hinzufügen, der zum Beispiel nur Ingress spielt. Und wenn ich nur Pokémon-Go spiele, können wir trotzdem per Campfire befreundet sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt Communities und lokale Gruppen. Allerdings ist dieses Feature auch noch in den Kinderschuhen. Da gibt es nur ein paar offizielle Gruppen aktuell. Doch ich glaube, über kurz oder lang sollte dann der Plan sein, dass diese sogenannten Community Ambassadors überall in jeder Stadt und sowieso dann eine Gruppe haben. Dort kann man beitreten, ein bisschen chatten und sich zu einem Raid oder Raid Day, Community Day und Co.K.G. verabreden. Die Freunde kann man dann bei der Sprechblase individuell anschreiben. Hey, machen wir den Glückstausch beim Community Day. Treffen wir uns im Stadtpark. Könnte man da schreiben. Und auch wenn viele vielleicht sagen, ja, das war jetzt nicht so interessant und das brauche ich nicht. Ja, ich habe meine paar Freunde und die kenne ich sowieso per WhatsApp, Telegram und so weiter. Die Karte, die ist richtig genial. Da kann man über den kompletten Globus scrollen, reinzoomen und dann sieht man jede Arena mit jedem aktuell verfügbaren Raid Eye. Und so wurde eben auch bei Kaguron Katagami am Anfang herausgefunden, dass die regional sind eher. Wo tauchen die auf? Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Ich kann in den Britzer Garten hineingehen und sehen, dass da zum Beispiel gerade ein Xerneas Raid ist. Und bei den Eiern sehe ich, wann die schlüpfen. Und ich kann dann ein sogenanntes Signal zünden. Auf Englisch heißen die Flares. Und ich muss mich allerdings im Radius von einem Kilometer bei dieser Arena oder dem Raid Eye befinden. Dann kann ich ein einziges Signal zünden und meine Freunde würden das sehen. Und wenn sie das aktiviert haben, bekommen sie sogar eine Benachrichtigung und wissen, okay, diese und jene Person möchte dann den Xerneas Raid machen. Völlig unabhängig von diesen anderen Funktionen, alleine nur für die Karte werde ich das wohl nutzen. Kann man so nachsehen, hey, wo ist gerade ein Raid? Vielleicht sucht man irgendeinen besonderen oder hat es nicht geschafft, die täglichen Pässe auszugeben. Wo ist noch schnell was, was mich anspricht? So viel mal zu Campfire. Dann fand gestern die Rampenlichtstunde mit Alpollo statt. Konnte leider nicht shiny sein. Hat ultra viele Ultra-Bälle, also Hyper-Bälle, gefressen. Doch ich habe mir da sowieso einen ordentlichen Vorrat angesammelt. Und es war, ja, es war genial. Das Pokémon so riesig auf der Karte hat Spaß gemacht. Das zu sehen, komplette Map überfüllt mit Geistern. Ich habe 343 Alpollo gefangen. Und man muss echt sagen, die sind oft ausgebrochen, geflüchtet. Doch 900 Sternenstaub gab ein Alpollo mit Sternenstück und ich hatte zwei aktiv für die komplette Stunde. Auch ordentlich Bonbons und XL Bonbons gesammelt. Beim Vorher-Nachher zu den gefangenen Pokémon, besuchten PokéStops und so im Allgemeinen. Das habe ich vergessen. Ich habe alles gescreenshottet, nur das nicht. Und der Screen ist von 19.05 Uhr, also 5 Minuten nach Rampenlichtstunde. Aber da merkt man echt die Fangchance. Bei Stern-Doo habe ich mehr als 500 Stern-Doo gefangen und hier gerade mal 343. Ja, ich habe alles am iPad gespielt ohne AR-Modus. Das ist mir am iPad ein bisschen zu nervig. Also ein bisschen mehr wäre noch drin gewesen. Aber ansonsten mehr als 300.000 Sternenstaub, das kann man sich schon mal schmecken lassen. Na gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.